so hallo youtube wir haben euch ein kleines video vorbereitet und zwar geht es um den bmw m135i den hatten wir letztes jahr zum ein paar hardwareänderungen machen und den software datenstand anpassen hier war der kundenwunsch 400 ps und knapp 550 newtonmeter natürlich haben wir unseren kunden diesen wunsch auch erfüllt ebenfalls der wunsch war die hardware umzubauen und hier sollte eine catless downpipe verbaut werden die haben wir verbaut und deswegen möchte ich euch jetzt ein video zeigen wie das fahrzeug klingt mit der geänderten hardware und der geänderten software in dem fall wünsche ich euch viel spaß und ab zum video bis nachher ciao ich hoffe ihr konntet einen kleinen einblick erhaschen was rauskommt wie es sich klanglich ändert weitere videos werden folgen das nächste video kommt am freitag und zwar geht es darum ein vw golf 6 gti seid gespannt nur so viel es wird laut und schnell bis dahin wünsche ich einen schönen abend und eine schöne woche ciao ciao Untertitelung des ZDF, 2020